Du hast ein Calmu, ein Produkt, begeisterte Kunden in der Schweiz. Du willst expandieren, exportieren, globale Märkte erschließen? In Deutschland, England, Singapur oder Island? Du wirst konfrontiert mit Regulatorien, Zollformalitäten, Einreisebestimmungen, Gesetzgebungen. Kurz, du weißt noch gar nicht, was du alles wissen solltest. Genau dabei hilft dir das Go Global Cockpit. Die digitale Self-Service-Lösung, um zu planen, wohin du am besten expandierst, wie du es schaffst und welche neuen Chancen sich dir dort bieten. If you wanna go global, go Global Cockpit.